Mein Name ist Stefan Lutherbeck, ich bin Steinmetz- und Steinbildhauermeister und betreibe seit 1983 eine Bildhauerei hier in Everswinkel. Unsere Tätigkeitsfelder sind einmal das Erstellen von personenbezogenen Grabmalen, dann die Restaurierung von historischen Bauwerken oder Skulpturen und das Erstellen von neuen Skulpturen und Gestaltung von öffentlichen Plätzen oder auch das Erstellen von sakralen Räumen. Wenn Sie zum Steinmetz gehen, erarbeiten Sie mit Ihnen zusammen einen Entwurf. Ihre Erinnerungen sind uns wichtig. Wir brauchen diese Erinnerung. Sie müssen sie uns mitteilen, damit wir ein personenbezogenes Grabmal gestalten können. Das Produkt muss den erreichen. Das klingt blöd, aber es muss das Herz erreichen. Es muss nicht nur ansprechen, sondern es berühren muss es sein. Und wenn man das spürt, dass das funktioniert und man trifft nachher die Angehörigen wieder und sie sagen, der Stein, immer wenn ich hier stehe, fällt mir das und das ein oder ich bin ganz ergriffen oder wie auch immer, dann ist das für mich, das ist so die Bestätigung. Warum? Deshalb mache ich das. Was war das? Was war das?